Es geht nach Kassel und ich packe meinen Protest-Rucksack und ich nehme mit. Richtig für die Küfer und für den Protest. Ich bin eine Leseratte, deswegen brauche ich auf jeden Fall einen Stapel Bücher und natürlich auch ein paar Spiele. Für den Protest habe ich dabei meine Lieblingswarnweste und mein Lieblingsprotest-Zilfnis mit dem Dino. Was ich gerne mal vergesse, mein Ladekopf. Und eine Post. Ich werde im Protestcamp schlafen, deswegen habe ich eine Isomatte dabei und den wärmsten Schlafsack, den ich besitze. Zum Abschluss, mein Special Guest wird meine Reisegitarre, die kommt bei mir auch noch mit. Ich werde jetzt noch mal meine Packliste durchgehen, weil ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Und dann gucken, dass ich das alles irgendwie in meinen Rucksack einträge. Dann geht's morgen los. Wir sehen uns in Kassel. Wir sehen uns in Kassel. Vielen Dank.